Hallo zusammen, wir haben gerade ein neues Projekt abgeschlossen, Autogasumbau bei einem Jeep mit bekannten 6-Zylinder-Reihenmotor. Mit Prinz-Gasanlage, Additivsystem mit Verteiler, damit wird jeder Zylinder mit Additiv versorgt. Hier haben wir den Zusatzbehälter, da gehört ein Spezialöl für gasbetriebene Fahrzeuge. Den Verdampfer haben wir hier unten angebracht und Steuergerät, ist er hier unten versteckt. Den Umschalter, auf Kundewunsch, hier ein Armaturenbrett eingebaut. Die rote Diode ist Anzeige vom Additivsystem. Einverstützen, hinten der Dankklappe versteckt. Damiert wird es von der Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Auch auf Kundewunsch haben wir hier einen Gastank eingebaut, das ist ein stehender Gastank. Alle Halter sind von uns gemacht, also schweißen wir die selber. Ist alles massiv gebaut, lackiert, sodass der Gastank dann wirklich fest angeschraubt ist. Also jetzt ab sofort kann der Kunde 50% Spritkosten sparen. Diese rote und gelbe Kabel, die sind nicht von uns. Die Kabel, die wir verlegt haben, sind immer in seinen Steuerschutz verlegt, so wie Sie hier sehen. Also wir legen wirklich sehr viel Druck auf Optik auch. Also falls ich Ihr Interesse geweckt habe, können Sie mich jederzeit anrufen und Autogasumrüstung anfragen.